Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen. So, denn die euch dazu entscheiden solltet, ich gucke mal ganz kurz nach, ob wir die Quest für diese Statue haben. Statue der Göttin der Kraft. Hä? Ach so. Das ist damit gemeint. Ja, dann machen wir das eben. Aber ne, vorher springen wir ganz kurz einmal in das Loch hier vorne. Potato ist Erforscher von Löchern und deswegen... Das klingt jetzt irgendwie falsch. Ich bin Höhlenforscher. Was ihr da hier wieder denkt, da kann ich nichts für. Das ist nicht mein Problem, wenn ihr wieder an Schweinereien denkt. Hier sind halt einfach riesige, groß geklaffende Löcher. Oh mein Gott, Obsidian-Gigma. Ja klar, doch. Alles klar, meine Freunde. Wenn es weiter nichts ist, ne? Wenn es weiter nichts ist. Was ist das stärkste, was wir haben? Was ist das stärkste, was wir haben? Okay, wir hauen ihn jetzt platt, aber so richtig. Nein, aufladen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hau ab, hau ab, hau ab. Okay, ich habe die Idee, wie wir es beschleunigen können. Oh nein, es klappt nicht. Natürlich klappt es nicht. Komm schon. Warum schießt der nicht ins Auge? Ich lande einfach wieder auf ihm drauf. Ist mir doch egal. Ach, scheiße. Hat das funktioniert? Oh nein, mir ist mal... Oh mein Gott, was für eine Arsch... Was für eine Arschbombe oder Bauchbombe, was auch immer. Wow. Die letzten 2% Leben, weißt du, machte mir einfach nochmal ein komplettes Leben abgezogen. Oh nein. Obsidian Gigama Riesenzahn. Riesenzahn, mit dem man Erze abschlagen und zertrümmern kann. An einer Waffe befestigt, steigert er die Angriffskraft erheblich. Verkoch ihn mit Kleingetieren zur Medizin. Gigama Herz. Von einem Gigama zurückgelassenes Herz. Das ist noch stark pulsiert, weil es aus einem großen Körper stammt. Koch es mit Kleingetieren, um Medizin herzustellen. Alter Schwede. Dieses Vieh, ey. Wisst ihr noch, gerade eben vor 5 Minuten, wo ich gesagt habe, komm, wir gehen mal ganz kurz nur in das Loch da runter. Ich merke schon, Potato sollte seinen Job als Höhenforscher aufgeben. Und hi, Leonie. Schön, dass du da bist. Oh mein Gott, ey. Was das war, ey. Das weiß ich nicht. Das war ein fetter, fetter Worm. So nenne ich ihn jetzt. Ich wollte nur mal kurz gucken, was hier unten los ist. Und jetzt ist es einfach direkt das. Also. So. Aber hier unten machen wir erstmal nichts weiter. Wir gehen dahin. Ich dachte, man muss im Untergrund die Statuen finden. Mir geht es aber ganz gut. Ich dachte, man müsste jetzt im Untergrund heute eine Statue finden. Aber es geht um die eine Mutterstatue. Um die geht es. Um die eine alles entscheidende große Mutterstatue. Aber es gibt auch eine in der Karpette der Zeit da, oder nicht? Im Tempel der Zeit. Ist auch eine große, oder nicht? Ach gut, wir haben ja speziell über die hier gesprochen, die umgefallen ist. Die Arme. Können wir die eigentlich wieder hochheben? Nein, das wäre lustig gewesen. Die Göttinnen-Statue ist umgestürzt. Wieso bist du genervt von deinem PC? Für die Leute natürlich auf YouTube, ihr wisst Bescheid. Ich habe nebenher den Twitch-Chat offen. Das heißt, ich reagiere natürlich schon mal auf das, was geschrieben wird. Offensichtlich ist jemand genervt von seinem PC. Falls ihr wissen wollt, worauf ich gerade geantwortet habe. Das vergänze ich halt immer ganz gerne, dass ich YouTube und Twitch und dass manche Leute vielleicht auf YouTube das Gefühl haben, hey, mit wem redet der jetzt? Was? Warum sagt Potato auf einmal so Dinge? Ja, es liegt natürlich daran, dass, ja, wenn Leute im Chat schreiben, ne? Aber im Chat, Leute, haltet euch nicht zurück, ne? Wenn ihr was schreiben wollt, schreibt es. Ich antworte darauf. Das ist ganz normal. Das ist ganz easy, chillig. Ja, gut, das kann sehr viele Gründe haben. Das kann sehr, sehr viele Gründe haben. Oh, da vorne ist ein Krok. Ui, du hast mich gefunden. Bis dann, tschüssi. 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 Was? Die Muttergöttin-Statue ist also gestürzt. O edler Recke, ein derart schreckliches Schicksal darf ihr nicht beschieden sein. Ich bitte dich, hilf mir, die Statue wiederherzustellen. Finde den purpurroten Geist Eldra, der umhüllt von Flammen durch den Himmel gleitet. Bitte, sodann eine Eldra-Klaue an diesem Quell hier als Opfergabe dar. Bitte, ich flehe dich an. Okay. Aber was wird uns das bringen? Das wird uns bestimmt einiges bringen. Eine Eldra-Klaue, das ist das Problem. Jala. Also wenn die CPU extrem hoch ist, also entweder wird sie zu heiß oder du hast ein Virus oder sowas auf dem PC. Wenn die CPU voll ausgelastet ist. Jetzt von beiden wird es wohl sein, oder? Es ist ein Hardware-Fehler. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum sowas passieren kann. So, aber Eldra kommt doch auch aus diesem Loch da vorne raus. Denkt jetzt bitte nicht wieder an... Ich rede von der Höhle. Höhlenforschung. Ihr wisst Bescheid. Es geht um die Höhlenforschung. Aus dieser Höhle kam doch auch Eldra raus. Das kann ich dir nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Ich sehe den Rechner ja nicht. Was ist das denn für ein Schild? Das kann in jede Richtung fallen. Oha. Ah, warte mal. Ich glaube, der Trick soll sein, dass man... Aber klappt das? Nee, ich kann die ja nicht da festmachen. Höchstens kann ich das so machen. Das ginge halt, ne? Da rein kann ich das stellen. Das hilft halt nicht davor, dass es in die andere Richtung fällt. Aber da kann ich vielleicht was gedeichseln, wenn ich... ...ein Ding da drunter stellen kann. Aber ich glaube, das passt da nicht hin, ne? Nee. Dann nehmen wir ein Rad. Das erste Mal, dass wir ein Rad nutzen. Ah! Einfach damit wir das da drunter stellen können, als Abstand. Ja, ja, das ist schon okay. Das ist schon okay. Aber wir machen jetzt das Brett da dran. Moment. Das kannst du ja doch gar nicht mehr dran machen, oder? Schwerlich. Das passt jetzt drumherum, aber... Und das Rad zog natürlich dafür, dass das rollt. Das weiß ich. Okay, lass uns das mal ganz kurz so. Oh mein Gott. Das musieren wir so erstmal nicht. Halt mal schon mal fest. Das war keine gute Idee. Halt mal das einfach mal fest, okay? Das war keine gute Idee. Eine andere Idee wäre, dass hier über die... Über das... Oh nein, 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 nein. Rad, weg mit dir. Andere Idee wäre, das hier drüber zu machen. So. So. Okay. Es sollte eigentlich halten, oder? In jede Richtung. Okay. Ihr seid doch die Preisfrage, wann kommt Älterer aus diesem Loch? Das ist halt die Frage, ne? Und welche Uhrzeit kann man sich vielleicht hier ein Feuer machen und dann warten und dann kommt Älterer? Ich glaube, das ist mal am Morgen ungefähr, oder? Könnte es am Morgen gewesen sein? Das könnte schon sein, ne? Oh ne, wir sind gerade morgens. Was, am Mittags? Ich schau gerade, ob ich Älterer irgendwo sehe. Ich warte mal bis 13 Uhr oder so. Sieht schlecht aus, ne? Ja. 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 Hmm. Da ist es. Wir haben so viele von den Zeichen. Ich möchte mal abgeben gehen. Ja, die hype ich gleich auf dem Rückweg. Ist da ein Bock Boss? Oh mein Gott. Ja, vor Bock Bossen habe ich nicht mehr so Angst. Machen wir mal Feuer. Geht doch. Hallo. Sehr gegrüßt. Eine schöne Nacht, oder? Oh, was spüre ich da? Warum läuft es mir kalt den Rücken runter? Ich habe das Gefühl, du hast haufenweise Majoy-Signer für mich dabei. Wenn du Majoy-Signer besitzt, kannst du sie bei mir gegen Schätze eintauschen. Ich habe das Exilverschwanz mal 5 gegen 3, Majoy-Signer. Ja, danke dir. Also, worauf warten wir runter damit? Atem. Oh, mein ganzer Körper ist erfüllt von einer wunderlichen Kraft. Ja, ja. Mein Körper verlangt nach mehr, 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 Herr Majoy-Signer. Verzeih mir. So reißen wir uns mal kurz zusammen. Hier ist der versprochene Schatz. Wenn du noch mehr Majoy-Signer hast, kannst du sie gerne bei mir eintauschen. Ein Geisterhackhammer gegen 4 Majoy-Signer. Weißer Loin-Massivhorn. Das ist viel wert. Weißer Loin-Massivhorn. 40 Synthese-Angriffsstärke. Eines von zwei Hörnern eines weißen Loin mit extrem harten Spitzen. Einer der Waffe befestigt. Stärkert es die Angriffskraft erheblich. Verkauche es mit Kleingetieren zur Medizin. Was ist das für eine Maske? Ein Horror-Bim-Maske. Okay. Kilten hat diese Maske eigenhändig gefertigt. Die große Nase und der Mund sehen genauso aus wie die des Vorbildes. Wenn du sie trägst, kannst du dich als Heroblin tarnen. Oh, davon habe ich auch schon welche. Griok-Flügel zweimal. Ja, okay. Die Loin-Maske. Nice. Aber warte, macht es sich am meisten Sinn, wenn wir am Turm hier oben warten? Also erstmal können wir das Feuer im Turm machen, dann bleibt das an, oder? Wenn ein Dach drüber ist. Oder auch bei Breath of the Wild so, oder? Keine Ahnung, was hier auch noch so ist, aber... Doch wenn ein Dach drüber das Feuer ist, dann bleibt das an. Finden wir uns doch einfach raus, oder? Und warte mal bis morgens. Weil wenn der jetzt kommt, kann ich mit dem Turm einfach nach oben springen. Was war das denn? Blutmond, oder was? Mein Ladeding ist... Ja. Oh, Blutmond kann jetzt beim... Das ist übrigens glaube ich die Fake-Zelda, kann das sein? Weil die Leute sehen ja immer eine Zelda. Okay, das Feuer bleibt nicht an. Also wenn er jetzt nicht kommt, dann haben wir eh nichts zu tun. Dann brauchen wir auch nicht warten. Eldra, komm aus deinem Loch. Sieht schlecht aus, ne? Sieht schlecht aus, ne? Da bewegt sich gar nichts. Hm. Hm. Na gut, hier vorne ist aber auch noch ein Schrein, glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen zumindest. Ich glaube, ich habe ihn sogar mal gesehen. Das ist auch ein Loch da vorne. Ah, interessant. Aber was ist da oben? Das möchte ich mal ganz kurz herausfinden. Ja, herausfinden wollen wir das, herausfinden. Das finden wir schon raus. Bestimmt einen Krox-Samen oder so. Geht's da auch nach unten? Das ist die Preisfrage. Sieht ganz schön tief aus, oder? Lass erst mal den Schrein machen. Perfekter Schlag. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Ach so, damit kriege ich eine neue Kugel, oder was? Das ist ein Krox-Samen. Das ist das. 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 Bir. Das war's für heute. Hey? War doch drin. Das Ding, ey. Das Ding, ey. Das Ding, ey. Das Ding, ey. Geht doch. Das jetzt geht's wieder zu. Das Ding, ey. 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 Ich weiß es leider nicht. Ich weiß es leider nicht. So, wie ich hoffe, ich dieses Rätsel hier irgendwann lösen kann. Aha! Ah! Oh. Ist ja so knapp. Yes! Wir haben alle Thronen, ne? Ja. I chica. Ich finde den Schmerz vorgehalten, wenn du schmerz. ... das Monat warst. Ich bin gemmeldet. Ich bin gemmeldet. Ich bin gemmeldet. Ist denn, jetzt ist es dasstands? man kann nicht schnell nach ganz rechts wir haben schon auch raketen oder haben noch eine rakete bestimmt haben eine rakete oder müssen raketen holen gehen mit der hochkletter wird spaßig sag ich ja dass das lustig wird wir haben es geschafft immerhin und wir können da vorne direkt den nächsten schrei markieren der drache ist noch nicht unterwegs na gut ab geht's wasser das ist eine höhle das ist nicht der untergrund ok so Oh, okay. Oh, die Kopfschüsse sind echt ein bisschen schwierig, ey. So, mein Freund, wo bist du, Dickie? Wo ist der Dickie? Da ist der Dickie. Okay, wir müssen warten. Lapat ist längst vorbei, aber egal, das machen wir noch, die Höhle hier. So viel Zeit muss sein. Sehe ich das richtig? Was ist das? Ein Moblin, ne? Hier ist ein Ramdas, Schatz. Ein Stalinox, den muss ich fotografieren. Was nehme ich für eine Waffe? So, uh... Was. Um... Hei! Down ist er. Auf geht's. So, oben ist Ramdas Schatz. Bin ich mal gespannt, was da ist. Grimmige Gottheit-Mütze. Mütze eines Helden aus einer Welt, die von einem herabstürzenden Mond bedroht wurde. Sie sieht etwas gruselig aus, erfüllt den Träger aber mit einer göttlichen Kraft. Eine göttliche Kraft finde ich immer gut, da bin ich immer dabei. So, mein Kollege, du wirst mal. Wir haben da vorne ein paar Steine, die müssen weg. Okay, ich drücke dir die Daumen. Schade, ich dachte, ich würde es treffen. Na ja. Ein Schritt näher zur Leunmaske. Ich hätte ja die Hoffnung, dass wir Horrorblins sind, aber da waren ja keine. Die hätten wir nämlich direkt fotografieren können. Na gut. Es gibt scheinbar keinen anderen Ausgang hier. Das heißt, wir gehen hier hin und klettern dann einen langen Weg zum nächsten Schrein. Aber, meine lieben Freunde, das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Haltet die Ohren steif und macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer PotatoBett verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.